Herzlich willkommen zur Vorstellung meines Seminars Einführung ins gesundheitsfördernde kreative Schreiben. Das ist eine Methode, die ich zusammen mit meiner Kollegin Susanne Diem in den Jahren 2012 bis 2019 entwickelt habe und mit vielen Zielgruppen schon durchgeführt habe. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Schreibgruppe für Frauen mit Homoerkrankungen an der Universitätsfrauenklinik der Charité. GKS basiert auf den Methoden des biografischen und kreativen Schreibens und es werden Erkenntnisse aus der Resilienz, Glücksforschung und der Psychoneuroimmunologie in Schreibimpulse übersetzt. Das klingt jetzt fürchterlich theoretisch, aber tatsächlich ist es ganz leicht, diese Übungen durchzuführen und sie werden die mit Leichtigkeit auch für sich abwandeln können. Es ist ein Selbsterfahrungsseminar, richtet sich aber dennoch auch besonders an Therapeuten und Therapeutinnen, die unsere Methoden oder Teile davon in ihrer Arbeit einsetzen möchten, zum Beispiel auch als Hausaufgaben für ihre Klienten. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Master biografisches und kreatives Schreiben, Pilates-Trainerin, Kunst- und Kreativitätstherapeutin und habe eine eigene Praxis in Berlin, wo ich als Soulmind-Body-Coach alle diese Bereiche zusammenbringe. Ich bin Autorin mehrerer Bücher, besonders über das Schreiben und Mitentwicklerin des gesundheitsfördernden kreativen Schreibens. Ich habe selbst in belastenden und stressigen Situationen immer wieder festgestellt, wie diese Methoden entlasten können und deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, das gesundheitsfördernde kreative Schreiben in die Welt zu bringen. Ich würde mich sehr freuen, Sie in der Paracelsus-Schule oder vielleicht auch online zu treffen und ja, ich freue mich auf Sie.